Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Heute gibt es wieder zwei kürzere Runden in dieser einen Folge und in der ersten spiele ich mal wieder eine Armbrust mit Sprengmunition, aber ihr werdet sehen mit Sprengmunition spiele ich sehr selten und damit kann ich gar nicht mal so gut umgehen. Und in der zweiten Runde waren wir wieder mal in Dessal und da habe ich eine, was habe ich dabei, Officer Carbine und eine Nagant Schalldämpfer mit Fanning und ja waren zwei interessante Runden. Guckt es euch an, ich hoffe dass es euch gefällt und ja ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Einer schon downed? Jaja. Ach da gab ich schon. Mh, ja Special M auch gerne immer Bescheid sagen. Naja klar. Ich würde sagen, Versorgungsfrage. Naja. Naja, Perfekt. Wahrscheinlich sind ja schon welche Bambuch, die löchern sie sich. Ich würde sagen, wir gehen zum rechten Clou. Der eine ist obendrauf und wir werden ja eh nur einen kriegen, höchstwahrscheinlich. Auf Wiedersehen. Also, wenn du sagst. Jedes Mal wieder. Ja, ich dachte aber gerade selbst. Was kommt da welche? Ich wollte schon sagen, ich werd' beschossen, aber... Weil ich halt noch genau in dieser Öffnung war, weißt du? Aber ist ja gut, dass wir beide es wussten, aber trotzdem unsicher waren, Gott. Ich find' der, der sich selber wirft, wenn der erschreckt ist, nochmal ein bisschen lustiger. Aber passiert mir auch, wenn ich selber eine werfe. Ich schmeiß' sie weg! Ich hör's doch, ich schmeiß' sie weg, ich hör's noch zündeln. Dann geht's los und dann dreh' ich mich um und guck. Ja. Hier oben wär' Special Emor, aber ich glaub' du hörst ja noch, ne? Äh, nein. Doch, ich war ja immer ein paar Sachen. Da ist ein Meathead, mach' ich wieder. Hier sind Upgrade Points. Hier ist ne Spectre, wenn du da Interesse dran hast. Nääääh, käm. Demolstigen, außer der Boss ist tot, dann werd' ich mich vielleicht mit einem Spectre in der Gebäude campen. Bitte? Außer, der Boss, dann werd' ich mich vielleicht ins Gebäude campen. Nein, ist er nicht. Spectre. Hier ist ne Consumable. Oh, poor Trigger, da waren wir schon lange nicht mehr. Bitte? Ich bin noch ein Stück hinter dir. Ja, ich seh's grade. Und da sind wir wieder im Wald. Okay, das ist beim anderen Boss, aber nicht weit weg. Wir können ja mal theoretisch draufgehen, gucken, ob überhaupt was da ist. Ja. Und der Rope. Ja. Ich schätze, es wäre auch ein anderes Gebiet, aber... Ich schätze, dass da der andere Boss ist. Ah. Wurde auch geschossen. Ich warte mal kurz hier ein bisschen. Boah, ich seh noch nix. Ist er jetzt schon gemacht? Hast du gehört? Mhm. Naja. Auf den Daryl sind dann auch noch Leute. Ich mein, wenn wir zweiten, könnt ihr da auch schnell rüberkommen. Hinter mir Steps. Das ist schlecht. Ah. 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 Oh. Ich hab da auch keinen�리enden Zug. Oh. Oh. Und ich hab da ja auch einen. Ja. Und der andere hat den nicht gesehen. Oha, Hashi. Der hier oben. Herr, der hat den keinn. Ja. Das machen wir heute. Ich hab da nicht gesehen. Boah, Hashi. Der hat ihn gerade nicht gesehen. Boah, Hashi. Die sind hier oben. Hier oben. Ja. Und der andere hat mich gesehen. Oh, Hashi. Hier oben. Sind die im Wald? Ja, hier vorne war der zuletzt. Aber da war noch ein anderer, der hier rumgerannt ist. Ja, ich wurde wohl gesehen. Ja, ich sehe einen. Einer da. Ich glaube, der Zermade aufgestellt. Der Zermade ist hier irgendwo reingerannt. Hat er keine Sicht gerade, weil er vor mir anderen ein Zombie ist. Alles gut. Und ich könnte auch laber mal hinrennen, so wie er sonst immer macht. Andere hat einen Hit. Andere fischt mich. Andere ist bei seinem Mate gewesen. Wo ist der? Er war da rechts. Das hast du dir nicht gemacht? Ich habe insgesamt zwei gemacht. Ja, genau. Da, wo du den ersten gemacht hast, der, da war der andere. Oh. Das ist scheinbar da noch nicht mehr dort. Das Boss-Team ist halt jetzt mega nervig, ne? Das ist sicher. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Und dann bin ich es wieder. Okay. Ah. Ich prob' mehr rum, ne? Ey, da ist noch jemand? Der ist halt aufgestellt, der ist am Lade. Soll ist der da schon vorgebracht. Ist der mal ruhig? Hä? Hier ist noch ein Team. Hinter dir. Ja, ja, ja. Lass mich sofort hier durch. Auf Schild renn! Boah, was haben die denn noch alles? Das sind dann die in heutigen, oder? Du hast ja mehr da aufgestellt. Schön. Erst rechts, Tyler. Und dann... Ja, die haben alle wieder aufgestellt. Schade! Umfassbar, Mann! Wie oft die jetzt down wollen, oder? Och, ja, die können nicht mehr viel haben. Nee. Schade! Ach, wie schnell die wieder aufgestellt haben. Mhm. Eine Runde würde ich noch machen. Mhm. Wir haben original sieben Kills aus einem Team rausgeholt. Und haben es trotzdem nicht geschafft, Alter. Schade. Wir haben eine gute Runde, aber. Ja, ja. Ganz gut. Ähm, nicht wundern, ich erschieße jetzt im Schallye noch fünf Zombies. Das ist meine Weekly, und dann... Ist gut. Ich brauche auch noch ein paar... ...Blut-Egel. Da diese, ähm, mehrere mit einem Angriff? Nee. Oder einfach nur so? Einfach so. Okay. Ich brauche. Hier ist Geld. Ist das... Stornmüll? Ja. Meine Kopfschuss-Skills hier wieder der... ...Wahnsinn heute. Egal, Weekly rum. Ist nicht schlimm, ich kriege auch nur Headshots. Ja, ich verteile sie aber grundsätzlich lieber. Das sollte jeder machen, oder? Ja. Was haben wir? Ja, da vorne auch. Wie bist du denn da jetzt rausgekommen? Da ist noch eine Tür vorne im Zugwaggon. Oh, Lull. Es sind eigentlich zwei... Ich glaube, ich habe Dreiergruppen noch an. Fällt mir gerade ein. Ja, dann wird's lustig. Ich glaube aber nicht, wir spielen 4,5 Rank. Dann müssten wir 4 Rank spielen. Ja, also... Ja, ich spiele grundsätzlich lieber gegen Dreier-Teams. Weil ich spiele lieber auf einmal gegen mehrere, als das ständig von irgendwoher noch irgendeinem Team angeschissen kommt. Finde ich deutlich überschaubar. Wo oben steht Emulator. Mhm. Ich geh mal kurz zu der Muni-Box da vorne. Mhm. Mhm. Hier liegt eine Cultural Rival, wenn dein Interesse dran ist. Mhm. Ich habe zwei S2er-Slots. Oh, shit. Blutegel brauchst du, ne? Gibt's auch noch. Ne, ja, alles gut. Na, wenn ich schon mal einen Silencer dabei habe, kannst du sie auch erschießen. Wo ich denn? Bitte? Wo möchtest du hin? Ähm, wo sind wir denn? Ich würde sagen, nach Appadiesal. Ja, ich würde es auch befürchten. Ähm. Mhm. Ähm. Ähm. Warte mal ganz kurz. Irgendwas stimmt da gerade, ne? Mit meinem Aufnahmenprogramm. Okay, bin wieder da. INDU. Ich weiß gar nichts mehrrum. голос Catholic. hat man schon irgendwelche schüsse oder so gehört ist wirklich ich gehe mal kurz in den versorgungswagen da rein wo hat der krank posi hier an bist du ja der rein pusher oder es kommt auf die situation und aufs lowdown drauf an wenn sie es anbietet push ich sehr gerne rein statt da lang herum zu campen aber auf der neuen map muss ich ganz ehrlich sagen ich kenne mich da noch nicht gut genug aus und selbst zu sagen dass mal irgendwo oder wo man gut lang gehen kann ist da drin die können die wohl aus den fenstern schießen vom balkon oben rechts das ist ein balko 8 da oben ja ich gehe mal kurz heilung suchen ich hänge fest habe ich auch oft auf der neuen map okay ich höre sie rumlaufen im compound ja im gebäude ach jetzt hätte ich gerne eine schrubflinte dabei und würde einfach gerne da reingehen ach egal ich benutze jetzt ein medikit balkon wieder einer ist auch hier am fenster aber er will nicht so ganz stehen bleiben ach ne ach ne ach ne Oh, das ist ein Zompi, ich lebe, ich bin schon in der Kopf. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, nein, nein, beide am Eingang. Ähm, ja. Unten rechts. What? Okay. Schuss, schuss, schuss. Oh, da ist noch einer. Das war doch gar kein Problem. Das haben die schönes. Dreimal Doppelpistole. Okay. Was möchte ich machen? Mir ist egal. Wie du willst. Du bist gestorben. Dir fehlt ein Balken. Wir haben den direkten Ausgang, wenn du willst. Dann komm, dann könnte ich den nochmal mitnehmen nächste Runde. Okay. Oh. Sollte vielleicht noch richtig laufen? Alles gut. Ganz falsch war es ja nicht. Wir können ja auch außen rum gehen. Das ist halt das Schöne gegen dreier Teams, dass es Bounty mehr wert ist. Ja, das stimmt. Was wird läuft, ne? Das stimmt. Da brauchen wir schon ein gut abgesprochenes Team in der Regel. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei ausheben geht auch, ne? Mit der kleinen? Ja. Ja, ja, ja. Und das war es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hard Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.